Auch der 1. FC Magdeburg ist schon heiß auf den Ligastart. Die Vorbereitungsspiele verliefen alle nach Plan. Morgen geht es zum Testspiel gegen Drittligist Energie Cottbus. Die Stimmung ist sehr gut, trotzdem, dass wir so viel trainiert haben. Ich bin zufrieden. Wir warten morgen noch das Spiel ab. Gegen Cottbus haben wir ihr letztes Spiel, bevor es bei denen scharf wird. Die werden alles reinwerfen und gucken, wie weit wir in dem Zustand, wie wir jetzt sind, entgegenhalten können.